Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferantenkarteien. Das Sortieren, Versenden und Einordnen nimmt viel Zeit in Anspruch. Sie wollen Ihren Betriebsablauf effizient und automatisiert gestalten? Für jedes Unternehmen gibt es die perfekte digitale Lösung. So können Sie effizienter arbeiten und sogar Ihr Geschäftsfeld ausweiten. Aber wie genau finde ich heraus, welche Lösung optimal für mich ist? Mit GoDigital! Das Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bringt kleine und mittlere Unternehmen mit Beratungsunternehmen zusammen. Gemeinsam können Sie eine individuelle Digitalisierungsstrategie für Ihr Unternehmen erarbeiten und umsetzen. GoDigital übernimmt bis zu 50% der Kosten für diese Beratungs- und Umsetzungsleistungen. Gefördert werden kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Handwerks mit Sitz in Deutschland, die weniger als 100 Mitarbeiter haben und über einen Jahresumsatz unter 20 Millionen Euro verfügen. Die förderfähigen Leistungen sind modular aufgebaut. Im Modul Digitalisierte Geschäftsprozesse geht es darum, E-Business-Software-Lösungen in Arbeitsprozessen wie beispielsweise der Buchhaltung, dem Lagerwesen oder angewendeten Zahlungsverfahren zu implementieren. Das Modul Digitale Markterschließung fasst Leistungen zusammen, die eine wirkungsvolle Internetpräsenz für Unternehmen aufbauen, zum Beispiel die Entwicklung eines Online-Shops oder einer Online-Marketing-Strategie. Im Modul IT-Sicherheit werden Maßnahmen zur Optimierung ihrer digitalen Infrastruktur durchgeführt, um wirtschaftliche Schäden zu vermeiden und vor Risiken durch Cyberkriminalität zu schützen. Wenn Sie sich für eins oder mehrere Module entschieden haben, dann bringt Sie GoDigital in wenigen Schritten zur Umsetzung. Schritt 1. Auf der Beraterlandkarte der GoDigital-Seite finden Sie ein autorisiertes Beratungsunternehmen in Ihrer Nähe, das Ihr gewünschtes Modul oder die Modulkombination anbietet. Schritt 2. Nach dem ersten Kontakt führt Sie das Beratungsunternehmen durch den weiteren Prozess. Das Beratungsunternehmen ermittelt als erstes vor Ort den tatsächlichen Bedarf an Digitalisierungsmaßnahmen. In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickelt es konkrete Lösungen und integriert diese in Ihrem Unternehmen. Das Beratungsunternehmen übernimmt auch den gesamten Förderprozess für die geplanten Module. Von der Antragstellung über die Abrechnung bis hin zur Berichterstattung. Sie haben keinen Verwaltungsaufwand und können sich voll und ganz auf Ihr eigentliches Geschäftsfeld konzentrieren. Mit GoDigital kommen Sie schnell, einfach und günstig an digitale Lösungen, die Ihr Unternehmen weiterbringen. GoDigital! 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 Vielen Dank.